Heißt du also, wir fangen mit Golfspielen, erzähl mal. Ja, ich habe Musik in der Eisenung bekommen und stand dann auf der Matte und der Trainer dabei hat mal gesagt, was zu machen war. Eigentlich relativ einfach. Hey, sollen wir den Panda Leo nennen? Ja. Super. Wollen wir mit Leo mal rausgehen? Ich hab 3 oder 4 mal gespielt. War alles gut bei euch? Dank habt ihr alles, was ihr braucht? Wollt ihr irgendwie noch was Salziges oder Käse oder Wurst oder sowas? Ja. Machen wir Leo da? Ja. Super. 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 Super.